Wir fahren einfach mal rauf los. Hauptsache draußen sein. Wir fahren einfach mal rauf los. Hauptsache draußen sein. Wir fahren einfach mal rauf los. 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 Ja, jetzt sind wir an Haunis-Ortsgrenze und haben schon den Zillinger Berg im Auge. So, wir fahren jetzt Richtung Röschberg. Das müsste Richtung hohe Straße gehen. Es wackelt ein bisschen hier, wo es eben ist. So, jetzt kommen die Sahne rein. Wir fahren einfach mal rauf los. So. 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 Jetzt sind wir hier an der Wiese entlang dem Wiesenthal-Rathweg. zwischen Haugen und Hagen. So. 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 So, wir brauchen halt immer ein wenig länger zum Papieren. Aber mein Radar-Lieferant hat nicht funktioniert. Was? Die Radar-Lieferant hat nicht funktioniert. Das Wetter haben wir uns extra bestellt. Nur, dass wir andere Neidisch machen. Oder Heimhocken mit dem Arsch. Oder im Garten, Kartoffeln, Pflanzen. Ja, ich habe ihn geplant. Ein kleines Stück haben wir hinter uns. Den Rest wissen wir noch nicht. Den haben wir vor uns. Bis später. Ja, wir sind da unterhalb von der Burg Röpping. nach der wir uns über zwei, drei Sahnehäubchen hier hoch geschraubt haben. Den weg kann ich auch noch nicht, aber erkannte ich bis jetzt nicht. Es geht schon irgendwo in den Tagplatz vorbei zur hohen Straße. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, und dann grüßen wir mal alle, die schon durch das Portal gelaufen sind. Harald Roller und Co. die Fernwanderer. So, jetzt sind wir auf der hohen Straße Richtung Wiedling. Wir gehen Wiedlinger Höhe, Wiedlinger Parkplatz, egal wie wir es sind, ist alles das Gleiche. Heute ist einiges los hier per Rad. Muss man also sagen. Und wieder ein Sahnehäubchen. Tja, wir haben eine Fahrzeit. Und ein gutes Fahrzeit. Viele von den Dingen. Nicht nur Beugenhüte, auch Sahnehäubchen. Beugenhüte, auch Sahnehäubchen, Wiedlinger Höhe, Wiedlinger Höhe, Wiedlinger Höhe, Wiedlinger Höhe. Die Jahre 2, an der Hoover-Geräusche wird im Moment ein bisschen zu freden. So, jetzt sind wir am Schalldeck, an einem kleinen Zeitpunkt unserer Tour. So, zum Mitfreiden Freideck. Geholt euch! Geholt euch! Ja, dann schauen wir uns an. Ja, jetzt sind wir kurz vor dem nächsten Haus. So Leute, jetzt kommt das nächste Sahnehäubchen. Ich würde mal sagen, 500 Meter, grobe 100 Meter Höhenunterschied. Also, auf geht's Leute. Lassen wir den Berg rufen. So, da ist das Bergpilver. Jetzt zu der Kirchen an der Kirchen vorbei. Dann fang den Radweg. Ich bin auch nie gefahren, den vorher. Den habe ich jetzt entdeckt. Na Leute, wie gefällt euch das hier? Ich schicke euch das jetzt. Servus. Jetzt geht's mal bergab nach dem Sahnehäubchen da oben. Zur Regierung links ist der Vogelpark. Deinem. Jetzt ist wieder ein kleiner Hitzeweg. Guter. Nach den Türen 2 Kilometern ist es die Wettererholung. Ja, jetzt bin ich weiter nachher durch. Jetzt fahren wir Richtung Steinem. Hier ist eine Radweg-Parallee für Landstraße oder Kreisstraße oder für euch. Dann fahren wir mal. Da hätte ich noch als nächste Idee das Weiterfahrung zu haben. Wenn wir in Steinem sind. Oh, eine Eskalapazie. Ja, wir sehen. Das ist spannend, dass das geht. Dann entgegen für den Fahrtwind hier. Der Turmgut rüberkommt. Mit diesem externen Hydro am Körper. Jetzt sehen wir kurz, was da innen ist. Das heißt, wir finden uns mal zwei Kilometer vom Wiesenthal Radblick entfernt. Jetzt noch ein Stück Lonspraste bis in den Ort. Der Radblick wäre für uns unser Umweg gewesen. Der entgegengeführt zu dem, was wir hier als Heimweg angedacht haben. So, jetzt sind wir in Steinen. Ein leichtsinniger Vater mit seinem Kind. Ja, so macht man es vor. Dann heißt es auch Vorbild. Wenn wir vorne weglafen. Ja, liebe Radwanderer und Romo-Freunde. Ihr hört vom Krach, wir sind wieder auf dem Wiesenthal Radweg. Und mittelbar neben der B317. Die ist schon feldlich hoch dort. Aber da kann man nun mal nichts machen. Hier ist wieder relativ schönig los aus diesem Rad jetzt. Ich denke, es ist wieder ein bisschen anderen Dingen vorher. Aber doch mehr Leben. Aber gut. Tja, ich hoffe, man sieht mich, man hört mich. Wir sind auf den letzten Zuckungen vor der Kaffeetasse und vor dem Weißbier. Ein bisschen schwanken tue ich auch. Ich habe noch kein Weißbier gehabt. Guckt, ob wir einen Tote einfangen können da hinten. Ja. Das sind die letzten Bilder, die ich jetzt ausnehmen werde. Alles andere habt ihr. Ich bin aus vielen anderen Videos schon nur gesehen, dass das nicht langweilig ist. Und hier überhaupt neben dem Krach der B317 ist auch nicht gerade lustig. Ich bin aus dem Schuss mit dem kregen Kull. Ich bin aus dem Schuss und der Kurs. Hier habe ich die Waffe gedauert. Ich bin aus dem Schuss. Ich bin aus dem Schuss. Es ist aus dem Schuss. Ich bin aus dem Schuss. Mit wem ich das kürze am Rand? Also, wie sagt man? Bis zum nächsten Mal. Ja, Rad-Wanderfreunde. Das war die zweite Oldboy-Tour. Mit einigen Höhenmeter drin, einigen Steichstropfen, zwei Radler und Silphola. Also, bis zum nächsten Video. Euer Hubert und euer Peter. Tschüss! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.